Ich bin ein schönes, ein schönes Ziel auch weiter. Ich bin ein ganzes, ein schönes Ziel und ein. Und ich bin ein schönes Ziel. Ich bin ein schönes Ziel. Das ist die Idee, die erste Kleine ausgefahren sind. Ja, der da ist. Erste, der da ist. Das ist die Leitung. Und da kommen wir rein. Jetzt haben wir ein bisschen die Segel. Aber das ist doch auch da, oder? So machen wir das. Komm mal ein bisschen mit der Leitung fangen. . Das war's für heute. Ja, sowieso. Ja, das ist ein Mütter hier. Wir wollen eigentlich sehen, kommen die Mütter Zeitformen ab. Die Attractionformen hier von... ...der Lütterformen, die ist gerade von... ...Kristen ist noch ein bisschen weiter. Für den Vater, der Stadtschleider ist, ...der Lütter ist gerade mit dem Lütter. Wir haben schon seitdem, die da in Deutschland ist. Die finden wir noch ein bisschen weiter. Sie sind noch ein bisschen extra. Aber alles ist noch ein bisschen weiter. So, jetzt kommen wir jetzt wieder an der Lütter. Wir bestimmen den Lütter. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3. Vielen Dank.